Hallo, ich begrüße Sie zum nächsten Thema. Und wir schalten es einfach dazwischen, nachdem wir begonnen haben mit dem Thema Wasser. Wasser ist Leben, Sie erinnern sich. Möchte ich jetzt etwas einschieben, was quantitativ viel, viel niedriger liegt als Wasser, aber für das Leben genauso bedeutend ist. Erinnern Sie sich, wir bestehen zumindest 80% aus Wasser. Wasser hat eine hohe Bedeutung für uns und wir haben durch das Video auch schon eine Menge gelernt. Und wir haben ja vor, am nächsten Agile Live, am kommenden Dienstagabend, zur 20 Uhr beginnend, die Konsequenzen zu ziehen aus dem, was wir zum Wasser gelernt haben, zu den besonderen Eigenschaften des Wassers. Wasser ist Leben, Wasser ist in einer ungeheuer großen Menge relativ in unserem Körper. Im Gegensatz dazu ist das Spurenelement Jod nur zu ganz geringen Mengen in unserem Körper und wir müssen es aufnehmen, auch nur in geringen Mengen. Wenn wir das vergleichen, zig Kilogramm Wasser und dagegen einige Mikrogramm Jod. Trotz alledem ist Jod unbedingt wichtig für das Leben. Wir können auch sagen, Jod ist Leben. Über den hier nachfolgend angegebenen Link können Sie ein sehr interessantes Interview zu Jod hören mit einem ausgewiesenen Experten mit Professor Gärtner. Hören Sie sich das an, lernen Sie zu Jod und gewinnen Sie Erkenntnisse, wie wir Jod einsetzen können, dass wir Jod gebrauchen. Und mit dem Wissen können wir unsere Lebensqualität verändern und verbessern, hauptsächlich auch mit Jod. Sehen Sie sich das an, viel Freude beim Wissenserwerb und denken Sie daran, es geht dann weiter beim nächsten Agile Smart mit Wasser und mit den Konsequenzen, die wir aus dem Wissen zum Wasser ziehen. Und mit dem Wissen zum Wasser ziehen.